Sehr geehrter Herr Präsident Eiden, lieber Herr Kollege Flassbart, mit den Enttäuschungen ist das so eine Sache. Zunächst einmal gratuliere ich dem Kollegen Flassbart herzlich zum Geburtstag, den er gestern hatte. Und ich sage auch an dieser Stelle, dass wir manchmal heftig streiten, aber irgendwo gibt es dann auch immer wieder den Konsens. Und das ist mit dem Kollegen Flassbart auch in sehr kollegialer Weise möglich. Natürlich, nach diesen einleitenden Worten zunächst den Kollegen Flassbart betreffend Glückwunsch zu dieser Veranstaltung und auch Glückwunsch zum Veranstaltungsort. Biodiversität betrifft die Schöpfung und es ist eine gute Idee, dieses Thema in einem Gotteshaus zu diskutieren. Kompliment. Die Herausforderungen, die wir auf diesem Themenfeld haben, sind eingehend beschrieben worden und bekannt. Biodiversität ist eine Herausforderung für Land- und Forstwirtschaft, denn Land- und Forstwirtschaft haben als größte Flächennutzer natürlich eine Schlüsselrolle für die Erhaltung der biologischen Vielfalt. Landwirtschaft hat aber auch die Aufgabe der Ernährungssicherung, einer Aufgabe mit einem hohen ethischen Anspruch. Wie ist die Bilanz? In den letzten Jahrzehnten haben sich Fruchtfolgen verengt. Der Anbau wurde auf wenige hochproduktive Pflanzenarten konzentriert. Die Produktion stieg, aber viele Nischen und Lebensräume für wildlebende Pflanzen- und Tierarten gingen verloren. Gleichzeitig sind Landwirte auch auf eine intakte Umwelt mit einer großen Artenvielfalt angewiesen. Das Stichwort Bienen wurde schon genannt. Und Landschaften, Pflanzentiere sind Teil unseres natürlichen und kulturellen Erbes. Mit der Reform der gemeinsamen Agrarpolitik hat die Europäische Union und hat sich auch Deutschland zu dieser Verantwortung bekannt. Es müssen die Möglichkeiten der gemeinsamen Agrarpolitik gemeinsam mit dem Berufsstand, den Verantwortlichen in den Ländern, kreativ und ambitioniert genutzt werden, um Biodiversitätsziele zu erreichen, die wir jetzt, und das ist richtig, leider verfehren. Unser wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium befasst sich zurzeit mit diesem Thema, wird im Sommer Ergebnisse vorlegen. Ich glaube, auf diese Ergebnisse können wir gespannt sein und uns sicherlich auch freuen. Es gibt gute Beispiele für ambitioniertes gemeinsames Vorgehen. Das Projekt Franz wurde geschildert, Herr Dr. Merck hat dazu ausgeführt. Und hier wird durch enge Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft, Naturschutz und auch Wissenschaft aufgezeigt, wie Landwirte Maßnahmen effizient umsetzen, darüber hinaus auch freiwillige Leistungen zur Erhöhung der Biodiversität erbringen können. Und das Vorhaben ist auch deshalb sehr ambitioniert und interessant, weil hier insbesondere Betriebe in Gunstregionen für dieses Projekt ausgewählt wurden. Und dass eine Bereitschaft zur konstruktiven Zusammenarbeit bei der Behandlung dieser Fragen auch zwischen unterschiedlichen Ressorts gegeben ist, zeigt sich darin, dass Frau Dr. Hendricks und Herr Schmidt als Bundesminister für Umwelt und Landwirtschaft gemeinsam die Schirmherrschaft für dieses wichtige und gute Projekt übernommen haben. Gute Einzelbeispiele sind aber nicht die generelle Lösung des Problems. Wir brauchen auch den notwendigen Spielraum in den rechtlichen Vorschriften. Die Vereinfachung und Flexibilisierung bestimmter Vorschriften beim Greening hilft den Landwirten, die Möglichkeiten zur Förderung der Biodiversität stärker wahrzunehmen. Eine wichtige deutsche Forderung ist die Harmonisierung der Anforderungen an ÖVF-Streifenelementen, das heißt der Waldrand, Feldrand und Pufferstreifen. Das sind ökologisch sehr wirksame Greening-Bausteine und diese Streifen müssen zum Beispiel auch anerkannt werden können, wenn sie die Maximalbreite überschreiten. Die EU hat dieses aufgegriffen, in die Delegierte Verordnung zum Greening aufgenommen. Weitere Flexibilisierungen durch diese Verordnung könnten sich durch Aussaatterminfragen ergeben. Allerdings bleibt abzuwarten, wie das Europäische Parlament mit dieser Thematik umgeht. Wir setzen uns weiterhin dafür ein, dass die Kontrollanforderungen stärker dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit ansprechen. Und bei Cross-Compliance lassen Sie mich erwähnen, dass wir gerade die nationale Agrarzahlung-Verpflichtungsverordnung geändert haben, um die freiwillige Anlage von Blühstreifen und Bejagungsschneisen außerhalb ökologischer Vorrangflächen zu erleichtern. Mehr Biodiversität heißt also auch, Rechtsetzung im Detail zu ändern, auch wenn dieses manchmal mühsam ist und viele Akteure mit ins Boot geholt werden müssen. Natürlich haben wir ein wichtiges Potenzial zur Steigerung der Wirkung der Greening-Maßnahmen in der Kombination von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen in der zweiten Säule. Ob es, nun bin ich mal wieder bei einem Dissens mit dem Umweltministerium, dazu aber einer Umschichtung bedarf, mache ich ein Fragezeichen. Wir haben eine ökonomisch sehr angespannte Situation der Landwirtschaft. Die Zahlungen der ersten Säule machen etwa 60 Prozent der Gewinne der Betriebe aus. Und es ist nicht allzu lange her, da musste der Bundeslandwirtschaftsminister zum Bundesfinanzminister, um insbesondere für die besonders gebeugten Milchvieh haltenden Betriebe, zusätzliche Mittel akquirieren. Und ob es jetzt eine gute Idee ist, die direkt einkommenswirksamen Maßnahmen der ersten Säule zu reduzieren in dieser angespannten Situation, Ich glaube, da müssen wir ein Fragezeichen machen, auch vor dem Hintergrund, dass die Mittel in der zweiten Säule bisher erst mit Stand Dezember 2016 zu 16 Prozent in dieser Förderperiode ausgezahlt wurden. Das heißt im Umkehrschluss, 84 Prozent der Mittel sind noch nicht ausgezahlt und verfügbar. Und ein Thema, was aus Sicht der Landwirtschaft auch die Mittelverteilung innerhalb der zweiten Säule berührt, ist die Tatsache, dass die Mittel aus der zweiten Säule nur partiell bei landwirtschaftlichen Betrieben ankommen. Im Bundesdurchschnitt etwa 16 Prozent mit einem länderspezifischen Unterschied von 35 bis 85 Prozent. Das heißt, ich kann da auch aus eigener Erfahrung sprechen, die Kreativität der Kollegen am Kabinettstischen in den Länderministerien ist ungeheuer groß, wenn es darum geht, Mittel aus der zweiten Säule für völlig andere Zwecke als für agrarische Zwecke zu akquirieren. Und hier unterliegt man einem immensen Konkurrenzkampf und wenn ich umschichte von der ersten in die zweite Säule, dann weiß ich vorab in der Regel nicht, wo das Geld bleibt. Insofern sollten wir hier vorsichtig sein. Das Zweite, was ich an dieser Stelle sagen möchte, wenn wir über die Säulenstruktur sprechen, ist es wirklich angezeigt, das Grundprinzip der ersten und der zweiten Säule wiederum aufzuheben und eine völlig neue Architektur der europäischen Agrarpolitik in ohnehin schwierigen europäischen Zeiten vorzunehmen. Man kann über Schwächen dieses Systems diskutieren und man kann auch über Mängel dieses Systems diskutieren, mit denen wir jetzt einige Jahre Erfahrung gesammelt haben. Aber ich glaube, die Grundarchitektur, eine direkte Übertragung von Mitteln an landwirtschaftlichen Betrieben, um sie auch einkommenseitig zu stabilisieren, ist eine richtige Idee in einer Situation, in der die Landwirte ohne diese Hilfen einem weit größeren Strukturwandel ausgesetzt werden, als dieses ohnehin der Fall ist. Und wenn wir in einer Situation leben, in der die landwirtschaftlichen Betriebe ohne diese Direktzahlungen signifikant niedrigere Gewinne hätten, Wir Strukturwandelraten haben mittlerweile von 4 bis 5 Prozent und Herr Schulze-Pals, wie Top Agrar Online heute vermeldete, dass das Kinderbashing um sich greift in ländlichen Regionen, das Bashing von Bauernkindern, dann ist das auch keine Grundlage, diese Bauernkinder zu motivieren, später landwirtschaftliche Betriebe zu übernehmen, wenn sie als Kind prägende Erlebnisse gesammelt haben und unter den Berufen ihrer Eltern gelitten haben. Also ich glaube, hier ist sehr viel Vorsicht am Platze. Wir haben in einigen Produktionsbereichen Raten des Strukturwandels erreicht, die unter gesellschaftspolitischen Aspekten und Aspekten der Vitalität des ländlichen Raumes einer eingehenden Analyse bedürfen. Und insofern raten wir hier zur Vorsicht, eine grundsätzlich gute Architektur nicht unbedingt kaputt zu machen. Über Schwächen des Systems, auch unter Berücksichtigung von Umweltaspekten, muss man reden und muss man dieses System, glaube ich, verfeinern. Aber Herr Flassbart, wir haben bisher immer nach intensiven Diskussionen Lösungen gefunden und ich gehe davon aus, dass uns das auch bei diesem Thema möglich ist. Lassen Sie mich an dieser Stelle aber auch noch erwähnen, dass wir uns über die Gemeinschaftsaufgabe uns daran beteiligen, Investitionen in den Naturschutz zu fördern. Auch hier ist die Erweiterung der Gemeinschaftsaufgabe ein wichtiges Element. Und ich will an dieser Stelle auch noch einmal sagen, dass die Erweiterung des ökologischen Landbaus auch zur Steigerung der biologischen Vielfalt beiträgt. Das Ziel der 20% Ökolandbaufläche hat Bundesminister Schmidt eindeutig fixiert, anlässlich der Biofach in Nürnberg. Es gibt also eine Vielfalt von Handlungsmöglichkeiten und Aktivitäten zur Verbesserung der bestehenden Situation. Ich nenne an dieser Stelle auch die Beratung, wo wir auch fördernd tätig sind. Das ist ebenfalls ein wichtiger Punkt. Das heißt also, wir haben ein vielfältiges Programmangebot zugunsten der Erweiterung der Biodiversitätsziele und zur Erzielung von Biodiversität. Aber ich glaube, auch aus unserem Hause sehen wir ganz eindeutig, dass Biodiversität grundsätzlich einen höheren Stellenwert in der Wirtschaftung unserer Felder einnehmen muss. Biodiversität und Artenschwund hinzunehmen ist nicht tolerabel. Wir müssen daran arbeiten und wir müssen alle daran arbeiten. Wir haben aber die Situation in unserer Gesellschaft, dass wir Biodiversität wollen, selbstverständlich. Wir wollen lebendige ländliche Räume. Wir wollen zukunftsfähige Landwirtschaftsbetriebe. Wir wollen preiswerte Lebensmittel für alle. Wir wollen gute Arbeitsbedingungen für unsere Landwirte. Wir wollen natürlich auch angemessene Einkommen für die Landwirte. Und das heißt im Klartext, wir haben es mit Zielkonflikten zu tun, meine Damen und Herren. Und diesen Zielkonflikten müssen wir uns widmen. Deshalb ist diese Veranstaltung und sind die Vorläuferdiskussionen außerordentlich wesentlich und hilfreich. Und wenn wir eine offene Diskussion zu diesem Thema führen und mit dem Anspruch, mit dem sind wir hier angetreten und sind Sie angetreten, dann bin ich auch zuversichtlich, dass diese heutige Veranstaltung zusammen mit der gestrigen Veranstaltung uns helfen wird bei der Lösung dieser Probleme und der Politik helfen wird, zu verwertbaren Ergebnissen zu kommen. Herzlichen Dank für Ihr Engagement. Vielen Dank.